Natürlich ist der Hype um den neuen Laden in München, Cinnamuten, nicht an uns vorbeigegangen. Wir haben die Zimtschnecken auch schon vor drei Wochen getestet. Und eins kann ich euch wirklich sagen, sie sind wirklich super, super lecker, saftig und cremig und zuckrig. Hier seht ihr die ganzen verschiedenen Varianten, die es gibt. Eine coole Karte habe ich mir mitgenommen und zwar die mit Brittany. Wir haben uns dann für Pistazia, Spekulatius, Erdbeere und die klassische Zimtschnecke entschieden. Und in Deutschland waren das definitiv die besten Zimtschnecken, die ich probiert habe.